Hallo Leute! Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich bin gerade beim Außendreh und wir drehen jetzt gerade vom Restaurant Polauke, was ich euch gleich zeige. Das Wetter ist ja wohl unfassbar toll. Ja, da habe ich persönlich direkt gute Laune. Ansonsten werden wir heute noch umziehen ans Wasser und das schicke ich euch nachher auch noch mal ein Kleinkeits. Aber jetzt erst mal unser Restaurant Polauke, mit anderen Worten unser Fett. Wenn wir da ein bisschen rechts und damit abgehen, dann kann ich es auch mal aufziehen. Also dann, bis später am Wannsee.